Und hier spricht Lothar Lehner, ihr Mittelstandsnetzwerker für den Bundesverband der Mittelstand BVMW in der Region Stuttgart und angrenzenden Regionen heute zum Zukunftstag am Mittwoch, also kommenden Mittwoch, 13. März 2024 in der Station in Berlin. Ich habe es hier auf dem Bildschirm, möchte Ihnen einfach ganz kurz noch ein paar Tipps geben, damit Sie Ihre Geschäftskontakte auch wirklich an diesem großen Zukunftstag mitgestalten können. Sie finden auf der Info- und Anmeldeseite zukunftstag-mittelstand.de Side-Events, wenn Sie etwas nach unten scrollen, wie ich es eben gemacht habe. Und in diesen Side-Events, da sehen Sie die Möglichkeit, direkte Kontakte zu machen mit potenziellen Geschäftspartnern aus dem In- und Ausland, um Ihre Geschäftsabschlüsse vorzubereiten, zu besprechen. Und damit Sie nicht nur in dieser Messe an diesen Stand kommen und eben mal da sind, können Sie jetzt schon die Termine einstellen und auch vereinbaren. Die Firmen sehen Sie immer hier, ich mache mal weitere Slides auf. Amazon ist dabei, es ist klassischer Mittelstand wie die Maschinenraum GmbH dabei, es ist Themenspektren, die abgebildet sind, die Sie vorwählen können. Es ist ein deutsch-chinesischer Wirtschaftsaustausch geplant mit der Haiyang Group. Der türkische Handelsminister ist vor Ort und berät Sie auch zu Investitionen in der Türkei. Auch hier kann man Termine machen. Die Schneider Group ist vor Ort die Deutsche Telekom. Also Sie sehen, ich kreule jetzt wieder nach oben. Sie sehen, es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Wir haben fast 5000 Anmeldungen mittlerweile für diesen Zukunftstage. Es sind immerhin sechs Bundesminister da, für die wir dann auch entsprechende Positionen vorbereitet haben. Denn Sie wissen ja, der Mittelstand ist überwiegend sehr unzufrieden mit der derzeitigen Politik. Es gibt auch noch tolle Überraschungen. Unter anderem wird zum Thema Photovoltaik eine sensationelle Bekanntmachung veröffentlicht. Kommen Sie also gerne auf mich zu, wenn Sie Fragen haben. Meine Kommunikationsdaten lothar.lehner.bvmw.de oder 07331 44 1862 lautet meine Telefonnummer. Vielen Dank. Es sprach Lothar Lehner.